oi oi hat der knochen wieder hier heute fahre ich den su 5 1 panzerjäger rang 1 kampf einstufung habt ihr gerade gesehen 1 3 und 7,62 mm geschützt und das geilste ist ich habe nur acht schuss 8 verkackte schuss wer kommt auf so eine idee ich meine wo bitte im feld soll man denn so ein ding position da muss man ja ständig irgendwie beim munitions depot nebenan stehen bleiben sonst sonst ist man doch eigentlich auch ein bisschen in popo gewumst und ich meine russen haben einige schräge fahrzeuge hier mit teilweise einige richtig schräge fahrzeuge und das nicht das einzige fahrzeug ja ich überlege gerade ich komme aber ähnlich darauf wenn ich jetzt versuche darüber nachzudenken der hat noch ein anderes fahrzeug da hatte glaube ich auch nur acht schuss ja ohne höllisch lange nachladezeit da wird man natürlich auch eigentlich jeden gegner gleich mit am schutz zerfetzt aber das blöde ist wo bitte soll man also wo hat man den vorteil dann da muss man wirklich der erste sein man muss das ziel sofort erblicken wirklich wie adlerauge und reflexive gepaart ja wenn das fahrzeug dazu lässt aber okay egal acht schuss habe ich noch da bleibt auch nicht viel da kann man einfach nie zu viel mit haben und ich versuche jetzt mal doch was zu killen da ein hoch eins ist auch ein panzerjäger den kann ich irgendwie was ist hier los den treffen sie ich kann ihn nicht anvisieren doch jetzt motherfucker stirbt gute nacht marie okay noch nicht der erschlag schade ich war zu langsam weil man muss darauf achten man hat relativ schnell nachgeladen das heißt wenn es wirklich viele gegner sind gegenüberliegend oder wo auch immer also wo man wirklich was zum schießen hätte da hat man ganz schnell seine munition verbraucht und was macht man dann und das ist ja nicht wie so ein raketenwerfer wo die munition im laufe der zeit egal wo man steht hat nachgeladen wird automatisch also wie jetzt bei flugzeugen in der luft sondern man muss ja irgendwo hinfahren zu einem punkt und danach laden ja soviel dazu diese crazy russians und was ist hier da habe ich sie über pegelt hier wie man sich darauf passen da können von oben auf jeden fall einer kommen oder höchst es könnte da ist da haben wir auch ein jahr hallo tschüss ob ich auf zwei kills das hat sich für mich schon mal gelohnt obwohl ich noch sechs schuss übrig habe ich habe dass ich auf die minimap das hat mich halt so ein bisschen jetzt gerade irritiert zu sehen dass hier irgendwo meine 500 kilo abgeworfen kriege gewinnbringend für mich natürlich wäre es am besten da wo sich viele aufhalten das ist glaube ich jetzt eigentlich zu schnell das ist aber ich habe selber problem wenn man nicht wirklich im sturzflug runter geht jetzt die bombe überhaupt nichts weg die bombe drüber weggeschmissen und ich muss auch sagen ich habe dass das zielkreuz nicht mehr gesehen also irgendwie verschwommen mit dem boden deshalb blöken der hellbraun dunkelblau und braun und irgendwie das das verschwimmt dann halt und habe auch nicht darauf geachtet ob das jetzt aufgeleuchtet hatte dafür hatte einfach nicht mehr die zeit weil er wird zu schnell war so was von über gekippt was hier los wer wo und wer warum ich mache eh noch eine runde das kann ich jetzt schon mal sagen und da kommt ein flugzeug aber da kommt auch noch shi hakai der sieht mich nicht und ich kann nicht weg weil ich repariere das ist doch nicht zu fassen jetzt sieht er mich und ich habe sogar die bombe überlebt aber den typen werde ich mir überleben ja hallo das heißt es doch bis gleich immer noch unterwegs der su 51 acht schuss panzerjäger abschuss panzer abschuss acht schuss an die abschuss abschuss panzerjäger ja du mich auch machst du ja gerade zwar hinten schön in der mitte raus lecken die wir in japan hier unterwegs und ja ich versuche mich ein bisschen zusammenzureißen da 75 mm da kann man gut was treffen wenn man trifft ich habe nicht getroffen so das ist natürlich scheiße weil mir jetzt schon der schuss wird mir irgendwann fehlen da bin ich mir ziemlich sicher deine mutter ja aber jetzt so panzer retter 1 so ich habe einen weg das ist schon mal das ist schon mal ein anfang ich überlege mir nur jetzt wie ich werde doch nie zu zäh rüber kommen wenn es wirklich darauf ankommt ja er schläft ja jetzt da hängt er in den seilen wie ein also ich darf jetzt wirklich nicht mehr verfehlen im prinzip habe ich einen kill verschenkt so denke ich mir das gerade weil acht kills mit dem ding sind ja möglich so ich bin natürlich jetzt der achte gegner wo mir steht und ich nicht mehr feuern kann so schon wieder verfehlt scheiße ich müsste mir eigentlich schwerere gehen also die eben nicht so schnell verschwinden würden oder nicht so schnell abziehen würden kriegt den nicht richtig ins visier also probiert das jetzt hier gar nicht okay ausweck da ist irgendwer gerade neben mir in die luft gegangen sowas will man einfach nicht hören okay bitte sieben scheiße der hätte richtig sitzen müssen hat aber nicht und das ist jetzt blöd für mich jetzt werde ich wohl rausnehmen aber ja okay er ist weg aber was habe ich jetzt davon dass auch scheiße dass auch so einer einer wie ich habe ich den jetzt drinnen hier drinnen bewegt sich auch hier hat sich versteckt und jetzt habe ich die chance verpasst nee okay ist egal ich meinte gerade ich bin jetzt echt gerade durcheinander aber ich können wenn jetzt bin ich ein bisschen nervös jetzt bin ich ein bisschen nervös ich dachte ich hätte eigentlich zurücksetzen sollen damit sie mich nicht hier auf jeden fall kriegen so und wahrscheinlich wird meine bombe eh nichts zerfetzen hier ich habe nämlich jedes mal dasselbe problem und ich wollte hier am besten die su aber ich sehe schon gar nicht mehr das zielkreuz und ich habe jetzt einfach irgendwo hingefeuert und ich bin weg okay kann man nichts ändern ich habe eine abschlusshilfe durch artillerie auch gott wie arm das ist richtig erbärmlich weil man nicht mal selber killen kann weil wir so andere das für einen machen müssen und jetzt bucht er da durch die botanik okay ich nehme die selbe stelle noch mal und ich muss mir irgendwie auch wenn ich schon mit der stupe reingehe irgendwie anderen angriffswinkel wie zurecht legen also so kann ich so im halb senkt flug da geht das einfach nicht so hier könnte wieder was sein ich bin natürlich vorsichtig jetzt denn ich kann ja diese runde nicht mal rein damit dem ding und ja scheiße und das geht gar nicht gut oh Jordan das habe ich überlebt gerade hatte ich noch im visier ich habe ein bisschen nach links gezielt ich wusste das ein leichter 3 nach rechts dann ist das ist mir nämlich mittlerweile schon aufgefallen Das sind so Kleinigkeiten, die man sich eventuell merken sollte, wenn man Fahrzeug häufiger fährt. So kleine Macken oder so Eigenheiten des Fahrzeuges. Das sollte man sich auf jeden Fall merken. So, ich gehe in die Luft auch nur, weil ich diese Bombe abfangen will. Schade, dass ich so blöd stehe. Das ist eigentlich blöd. Das heißt, ich muss jetzt wirklich zusehen, dass ich hier eigentlich beide, eigentlich müsste ich beide unterholt. Der mich sieht und auf mich abstürzt. Er ist abgestürzt. Aber nicht auf mich. Dadurch habe ich den Kill bekommen. Okay. Ja. Ich mag so eine Runde. Da ist halt richtig Action. Man ist ständig irgendwie beschäftigt. Man muss ständig sich irgendwas Neues überlegen. Warte, ja. Den muss ich kriegen. Ich bin schon Treffer. Ich bin schon Treffer. Den muss ich rausnehmen. Baff. Der ist auch weg. Shit. Dann ist der Typ, den ich gekillt habe, also wo ich den Kill für bekommen habe, ist auf mich abgestürzt. Oder beziehungsweise meine Nähe und die Explosion natürlich. Hätte mich dann auch fast aus den Latschen gerauten hier. Das heißt, ich habe jetzt 4 Kills? 4, 5? Ich meine, da hat sich der Einsatz gelohnt. Aber gerade mit solchen Fahrzeugen will ich natürlich so lange wie möglich in der Luft bleiben. Habe ich in der Luft bleiben gesagt? Ich gucke hier gerade so konzentriert und dann denke ich mir, was hast du gerade für Scheiße? Am Leben bleiben. So, so kann man das natürlich auch nicht. Scheiße, schon wieder ein Bomber. Und ich habe keine Punkte. Oder nicht genug Punkte, um mit einzusteigen und die abzufangen. Drei Fahrzeuge. Äh, drei Flugzeuge. Scheiße, ich bin wirklich nervös jetzt hier. Das macht mich fertig. Kriege ich noch einen. Und die kommt auch noch von meiner Seite. Die kommt von der rechten Seite. Gar nicht gut, gar nicht gut. Okay, eins ist schon weg. Da ist noch ein zweites. Was? Wieso? 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 Nein. Da ist einer und ich sehe den Pisser nicht. Hier ziehe ich ihn. Das ist so scheiße hier. Jetzt habe ich ihn ja sozusagen erstmal markiert. Aber warum treffe ich den nicht? Irgendwann stimmt hier nicht. Ich treffe den nicht mehr. Oder ich treffe die ganze Zeit irgendwie diesen scheiß Mast da. Ich habe auch noch Munition hier. Ja, jetzt das Rohr auch noch hinüber. Ey, ich glaube, das war es dann jetzt. Alter, das regt mich auf. Vier, tatsächlich. Vier Wecker, ja, Mann. Und da brauchen wir zwei. Also jetzt legen wir wohl sechs so. Was ist denn? Was für eine Scheiße? Was war das denn? Da müsste ich eigentlich jetzt mir das angucken und nochmal reinzoomen. Sonst kann ich nicht nachvollziehen, warum ich kein einziges Mal auch nur einen Treffer gelandet habe. Oder ich habe jetzt was übersehen, weil ich ein bisschen flatterig bin gerade. Das ist sowieso verloren die Runde. Obwohl, eigentlich war es eine schöne Runde. Also so der Kill-Death-Count irgendwie ist schön ausgeglichen. Also zu meinem Gunsten trotzdem. Vielleicht schau ich jetzt den Typen da nochmal. Der geht mir nicht mehr auf den Sack. Denn wer mich tötet, der muss selber sterben. Okay, ich mache gute Treffer. Ist ja auch relativ viel Arterie jetzt. Aber das wird nichts mehr. Schade. Ich hätte gern noch was zerschossen hier. Oh, wie sie da stehen. Das ist... Wie viele Leute das sind. Oh, komm hier, hier. Du noch. Okay, alles klar. Ja. Das war der SU-51. Panzerjäger. Immerhin zweiter Platz noch. Das hat sich, glaube ich, gelohnt hier. Ja, da kann ich nicht meckern. Also es war eine gute Runde, trotz allem. Die Leute haben halt einfach... Also die Gegner hatte irgendwie bessere... Bessere Ausgangspositionen oder hat sich besser zusammengerauft oder was auch immer. Irgendwas ist ja immer... Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch mal zocken. Wir sehen uns demnächst. Horidoo und bis denn da. Ciao, ciao.